du musst ganz klitz in den hintergrund legen ach Gott und einfach hier mal das ganze Laub hier abfarmen stell doch mal vor das wir doch einfach liegen bleiben ich weiß gar nicht über was ich reden soll wo man hier vielleicht dringend irgendwas braucht worüber man redet haben dann sonst einfach ja es ist doch total langweilig oder also ich bin ja eigentlich ein sehr redefreuliger mensch aber wenn ich nicht weiß worüber ich reden soll dann weiß ich das auch nicht bis auf das dass diese aber also dass das was ich hier mache echt ziemlich nervig ist also ich denke teilweise wäre es echt sehr toll wenn die einfach von haus aus dieses lauf verschwinden einfach drin behalten hätten immer das nicht warum hat man das überhaupt rausgenommen das wüsste ich mal gerne das hat ja schon von anfang an eigentlich super geklappt jetzt wird es wieder nacht nachts sind wir haben wir das ja eigentlich angefangen damit mit hier noch ein bisschen was sie war und unter facken sind so schön und dann setzen wir holen wir uns gleich mal dann verschwinden wir wieder auf die kronen und wir haben noch einen zweiten großen baum aber ich glaube ich weiß warum hier ist immer so ist das ist auch hier so hoch ist hier ist einfach landschaft höher und deswegen ist woher drüben noch eine geschlossene laubdecke ist hier überhaupt keine geschlossene laubdecke mehr auf der ebene eigentlich muss ich dann konsequenterweise eine nach oben gehen aber das kann auch nicht die lösung sein das heißt es kann sehr wohl eine lösung sein ich rede nur sehr gediegenen schwarzen eine lösung aber es ist eigentlich nicht mal ein problem hier Probleme gibt es noch genug es wird auch immer Probleme geben vor allem auf der Welt also so prognosen ich will wirklich keine wirklichen prognosen für die zukunft geben denn ein kleinster ein kleinster konflikt was ich knapp werden von öl das kann sowieso alles sehr sehr schnell aus dem gleichgewicht bringen das jetzt aktuell einigermaßen stabile system in dem wir leben wird dadurch komplett zerstört werden kann sehr schnell gehen weil das die zeiten allgemein sehr viel schnelllebiger geworden sind ist ja allgemein bekannt als jetzt diese stimme macht also macht mir jedes mal wieder ein bisschen angst wenn ich sie höre wenn ihr dieses lieders boah du beide ich will jetzt auch sagen bei nachts in die burg kommen auch nicht unbedingt schlecht aus bis auf dass das da zuckerrohr wächst was noch nicht wirklich logisch ist aber sonst sieht es eigentlich eher ganz gut aus und ich bin schon wieder müde und das obwohl ich gerade erst aufgestanden bin super ich glaube das liegt halt wirklich an diesem mannschaft an dieser extremen dunkelheit in der nacht dass man davon wirklich tatsächlich müde wird ist natürlich gut für als player wenn man dann halt wirklich in der nacht die ganze zeit gehen muss in der mannschaft nacht es ist bestimmt wunderbar wo sage ich es auch noch da meine güte muss ich anmerken bei der letzten aufnahme session weiß nicht wem es aufgefallen ist am ende aber ich bin wirklich ein oder zweimal beim kommentieren wo er sich auf einmal sehr leise und ich bin wirklich fast eingeschlafen also wirklich jetzt sehr lustig anzuschauen im schnitt also das heißt das sieht man eigentlich nur wenn man es wirklich weiß aber ein interessantes eine interessante erfahrung wirklich beim let's play einzuschlafen bei seinem eigenen let's play ich weiß jetzt glaube ich wie sich umgespielt in seinem 48 stunden stream gefühlt hat als er dann einfach eingeschlafen ist beim streamen so leicht so leicht es war also sehr 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 ähnlich habe ich mich auch gefühlt so weil ich das zuerst einschätzen kann ich meine ich weiß auch nicht wie sich immer dabei gefühlt hat aber ist auf jeden fall ein interessantes gefühl ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe euch schon mal erfahrungen gemacht wie sich in der schule einschlafen ich sage mal so ich hatte da ich habe damit erfahrung und ich sage auch mal so es fühlt sich relativ ähnlich an so mehr sage ich jetzt dazu nicht ich bin auch in der uni also in der hochschule ist auch ganz lustig haben schon leute mich die ganze zeit die ganze zeit dachten ich würde schlafen oh gott ich sehe halt jetzt gerade gar nichts ich entschuldige mich hierfür ihr seht wahrscheinlich genauso wenig oh wow na gut dass da drüben die sonne gleich aufgehen wird also man sieht dass ich was abbau einfach nur aus dem grund weil der block leicht transparent ist und nicht so massiv wie stein oder erde das ist der einzige grund warum man was sieht wenn dass ich hier was überhaupt was abbau und wenn er der hintergrund etwas hell ist dass man sich den satten und die fackel und das war's also ich sehe übrigens da noch jede mange bäume und auch das gras das könnt ihr nicht sehen weil die aufnahme für einfach zu dunkel ist ich hoffe dass ich das durch das fänden nicht noch weiter verschlimmern wird ich schaue auch schon über meine brille durch wenn man jetzt gerade schon sieht aus dem grund weil das wesentlich angenehmer für die augen ist ich durch die brille kann nicht die ganze reflektion von dieser lampe da habe ja oh cool so sieht übrigens mein gesicht in echt aus so von der farbe ungefähr so aber doch die ausleuchtung ist das immer so ist das nicht wunderschön also ich finde es sehr beeindruckend ich glaube so langsam hell ja man sieht gleich wieder ein bisschen mehr das ist doch mal toll das ist doch mal toll und sieben auch wirklich ja man sieht wieder was schön die schafe dann sind jetzt weg gut da damit hätte man auch rechnen können vermutlich sogar müssten was ist passiert gut davon ist die burg finde es auch lustig ja diese playlist hier hat einen inhalt von sagen und schreibe zwölf stunden wir haben teilweise die lieder schon zweimal in einer aufnahmesession gehört das ist da läuft doch irgendetwas falsch und die lieder sind nicht doppelt in der playlist drin das kann ich euch garantieren das weiß ich glaube ich habe mich extra aufgepasst dass das nicht passiert so das war dann der sound von steigen so dann wollen wir mal okay ich glaube hier oben werde ich dann jetzt gleich schon mal das ganze holz ab abgurken weil ich da nicht damit rechne dass ich da wieder hinkomme also die lieder sowieso nicht aber generell auf die werde ich von unten wahrscheinlich nicht rankommen können deswegen mache ich das gleich jetzt schon mal so man sieht wir kriegen zumindest schon mal mehr setzlinge raus als wir angepflanzt haben das ist doch schon mal gut so und sie wieder hülle und kühle so der bau müsste sich als siebter im baumhaus geeignet das heißt im moment wäre es glaube ich hier sogar ein perfekter zeitpunkt um ein spaß aus in einem baum zu bauen einfach aus dem alleinigen grund das ist gerade möglich ist quasi das laub stehen zu lassen und dann halt im nachhinein kam es ja wieder mit holz versehen dass es auch später nicht wieder verschwinden wird andererseits er naja wird das wahrscheinlich auch also wenn baum was dann muss man sich den baum dafür glaube ich selbst